Die Schlusssekunden, will denn hier gar nichts mehr passieren? Die Chancen waren da, der Kopfball jetzt, der muss noch fassen. Pfütze, ist es denn zu fassen? Er bleibt Zentimeter vor dem Erfolg liegen. Gibt es denn keinen, der die Kraft hat, noch zu verändern? Doch, Tor! DSF, mittendrin, statt nur dabei.